Hallo und herzlich willkommen liebe Kletterer und Boulderer. Nachdem es die letzten zwei Mal mit dem Gewinnspiel und dem Smalltalk über das Griffbretttraining etwas lockerer zuging, will ich heute mal wieder ein etwas anspruchsvolleres Thema in Angriff nehmen und zwar einen Einstieg in den Dämenkomplex Kraft-Ausdauertraining. Es wird dazu nicht nur ein Video geben, es werden sicherlich vier bis fünf Videos werden. Warum? Wenn man das Ganze in einem Video abhandeln würde, würde es sicherlich 45 Minuten oder länger gehen und das ist mir zu lang zum Reden und euch auch sicherlich zu lang zum Zuhören. Von daher werde ich das Ganze auf mehrere Videos aufteilen und beginnen möchte ich heute mit etwas Theorie bzw. ein paar Begrifflichkeiten, die man wissen muss, um eben die Sache später dann besser zu verstehen und um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das Thema für heute lautet die drei Energiesysteme der Muskulatur und dabei muss man zunächst einmal zwischen zwei Systemen unterscheiden, nämlich den anaeroben und dem aeroben Energiebereitstellungssystem. Anaerob bedeutet, dass die Energie ohne Mithilfe von Sauerstoff bereitgestellt wird und aerob bedeutet eben, dass Sauerstoff bei der Energiebereitstellung mitverwendet wird. Das ist aber leider noch nicht alles. Zusätzlich dazu muss man bei der anaeroben Energiebereitstellung noch zwischen der Allaktaziden und der Lactaziden unterscheiden. Das heißt, dass bei der einen Form noch Lactat als Stoffwechsel-Nebenprodukt gebildet wird und bei der anderen Form das eben nicht passiert. Um euch nun besser zu erklären, was hinter diesen drei Energiesystemen steckt und wann sie in etwa zum Einsatz kommen, habe ich vier Folien vorbereitet. Auf diesen vier Folien arbeite ich immer mit drei verschiedenen Farben für die drei verschiedenen Energiesysteme. Rot für das anaerobe Allaktazidesystem, gelb für das anaerobe Lactazidesystem und grün für das aerobesystem. Auf Folie Nummer 1 habe ich die drei Energiesysteme mit ihren Eigenschaften gegenübergestellt. Fangen wir an mit dem anaerob Allaktazidensystem. Dieses System ist nur sehr kurz verfügbar, also für dauerhafte Anstrengungen von ca. 1 bis 12 Sekunden. Dafür ist aber der Leistungsoutput sehr hoch. Beispiele dafür wären kurze Boulder mit wenigen schweren Zügen oder aber der einarmige Glimmzug. Als Energiequelle wird das ADP bzw. CP benutzt. Was hinter diesen Kürzeln steckt, werde ich dann auf der letzten Folie noch genau erklären. Hinter dem anaeroben Allaktazidenenergiesystem steckt also letztendlich die klassische Maximalkraft. Kommen wir damit zur Farbe Gelb und dem anaeroben Lactazidenenergiesystem. Dieses steht für 12 Sekunden bis maximal 2 Minuten zur Verfügung. Der Leistungsoutput ist hier immer noch recht hoch. Ein Beispiel dafür wäre eine 15 Meter andauernde Sportkletterrute oder aber der 50 Meter Sprint. Als Energiequelle wird hier das Glykogen verwendet. Beim anaeroben Lactazidenenergiesystem handelt es sich also um die Kraftausdauer. Und grün gekennzeichnet ist unser drittes Energiesystem, das Aerobe Energiesystem. Das steht für 2 Minuten bis ca. 2 Stunden zur Verfügung. Der Leistungsoutput ist hier nur moderat bis gering. Beispiele dafür wären Big Wall Klettern oder der Marathon oder aber auch nur einfach für 30 Minuten Joggen zu gehen. Als Energiequelle dienen hier das Glykogen, die Fettsäuren und das Laktat. Auf der zweiten Folie ist die muskuläre Energieproduktion mit ihrem zeitlichen Verlauf aufgezeigt. Auf der Y-Achse hätten wir die Leistung der Muskulatur und auf der X-Achse hätten wir die Zeit der dauerhaften Beanspruchung. Die X-Achse ist nicht linear, also am Anfang sind wir im Sekundenbereich, dann im ersten Drittel so im Minutenbereich und zum Schluss im Stundenbereich. Rot dargestellt ist dann das Aerobe Allaktazide Energiesystem mit dem Energieträger ADP-CB. Das kann am Anfang relativ viel Energie liefern, fällt dann aber schnell ab und ist nach ca. 12 Sekunden oder nach ca. 10 bis 15 Sekunden, je nach Trainingszustand und nach Genedik, erschöpft. Gelb dargestellt ist dann das Aerobe Allaktazide System mit dem Energieträger Glykogen. Dieses System liefert auch noch relativ viel Energie, ist aber auch nach ca. 2 Minuten erschöpft. Grün dargestellt ist dann das Aerobe Energiesystem, das dann relativ wenig Energie liefert, aber dafür über sehr, sehr lange Zeit. Wenn man diese drei Kurven nun aufeinander addiert, dann bekommt man den gesamten Leistungsoutput der Muskulatur hier als Fläche dargestellt. Was man hier an diesem Graph auch sieht, ist, dass die Leistung der drei Energiesysteme nicht nacheinander sequentiell irgendwie abgerufen wird, sondern dass diese drei Bereiche so gewissermaßen ein bisschen ineinander greifen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass im Aerobe Allaktaziden Bereich, also im roten Bereich, noch kein Bump oder noch kein Schmerz wie Übersäuerung oder so in der Muskulatur feststellbar ist. Im Anaerob-Laktaziden Bereich hingegen, wo dann das Stoffwechselprodukt Lactat anfällt, bekommen wir diesen Bump in den Unterarmen, beim Klettern zumindest. Wenn man jetzt 400 Meter laufen würde, dann wird sich das in Übersäuerung in den Oberschenkeln bemerkbar machen. Und im grünen Aerobe Bereich haben wir auch keinen Bump oder auch keine Übersäuerung in der Muskulatur mehr, weil hier die Energiebereitstellung mit Sauerstoff vollständig abläuft. Das heißt, es bleiben keine Stoffwechselprodukte wie das Lactat übrig. In der vierten und letzten Folie will ich nun noch die Energiequellen bzw. die Energieträger dieser drei verschiedenen Energiesysteme beschreiben. Und fangen wir an mit dem wichtigsten, dem ATP, also dem Atenosin-Triphosphat. Das ist der Treibstoff für die Muskelkontraktion. Leider ist davon nur sehr wenig in der Muskelzelle gespeichert, sodass dieser in sehr wenigen Sekunden, also maximal zwei bis drei Sekunden, vollständig aufgebraucht ist und dann über andere Energieträger neuer nachproduziert werden muss. Das wäre dann zum Beispiel das CB, das Kreatinphosphat. Das wiederum kann dann relativ schnell in ATP umgewandelt werden, aber auch davon ist nicht allzu viel in der Muskulatur gespeichert. In so circa 10 bis 15 Sekunden ist also auch das Kreatinphosphat aufgebraucht. Als nächstes hätten wir das Glykogen, was letztendlich die Speicherform der Kohlenhydrate ist. Das kann auf zwei verschiedene Weisen in ATP umgewandelt werden. Zum einen über den anaeroben Weg, also ohne Sauerstoff, kann es in ATP und Lactat umgewandelt werden. Aerob hingegen wird es dann direkt in ATP umgewandelt, was aber langsamer funktioniert. Nach circa ein bis zweieinhalb Stunden ist auch das Glykogen dann normalerweise aufgebraucht. Das Lactat ist also, wie gerade schon erwähnt, ein Produkt der anaeroben Verbrennung von Glykogen und kann aber dann im aeroben Bereich auch wieder zu ATP umgewandelt werden. Und zuletzt hätten wir dann die Fettsäuren, die im aeroben Bereich langsam in ATP umgewandelt werden. Die Fettsäuren sind im Körper als Fett gespeichert und damit potenziell der größte Energielieferant. Allerdings geht die Umwandlung von den Fettsäuren nach ATP relativ langsam. Aber theoretisch ist dieser Energieträger tagelang verfügbar. Zugegebenerweise ein ziemlich trockenes Thema. Aber es ist eben wichtig zu wissen, was diese drei Begriffe bedeuten. Und dass der anaerobe Lactazidebereich eben der Bereich für die Kraftausdauer ist, was vor allem für die Sportländer davon Bedeutung ist. Aber wie so oft im Sport ist es nicht ganz so einfach. Auch der aeroben Bereich kann für die Kraftausdauer wiederum wichtig sein. Das werde ich aber nicht mehr heute, sondern in einem der nächsten Videos erzählen. Macht es gut bis dahin. Ciao, euer Christoph.